hallo ihr lieben film läuft ich auch schön dass ihr wieder dabei seid ich will euch gleich am anfang mal was zeigen ich habe nämlich was gebastelt das ist mein neues finisher board ja da habe ich mir die schönsten fotos rausgesucht ja die coolsten erlebnisse die ich so beim laufen hatte und habe dann mit photoshop daraus eine collage zusammengebaut und die dann auf seine aluminium verbunden tafel gedruckt in meinem fall ist das nicht einfach nur eine weiße tafel sondern die sieht so aus wie edelstahl gebürstet die ganze sache habe ich dann mit solchen abstandhaltern an der wand angebracht ja und hier vorn die stangen die habe ich aus einem ganz berühmten möbelhaus heute bin ich mal bei ikea weil ich mein medaillenbord bauen will und die grundlage für die medaillen wird so eine stange werden da kann man die wunderbar dran aufbauen ja mal sehen und jetzt hat mich mit mir ob es die oder die oder die wird ja mal sehen die idee mit den stangen von ikea die habe ich vom running scout vom jörg danke für den tipp jörg ja ich habe mich dann bei ikea aber für ganz andere stangen entschieden denn wenn ihr die direkt an der wand befestigen wollt dann sind die aus der küchenabteilung perfekt also diese stangen wo man sonst die kellen dran aufhängt in meinem fall habe ich einfach griffe von einem schrank genommen weil ich die ja direkt an der tafel angebracht habe somit mussten die von hinten festgeschraubt werden ja wenn es irgendwann mal so viele medaillen sind dass noch eine etage dazu kommt kann ich die ja hier unten dann noch an der wand anschrauben da hängen da noch welche noch ein bisschen tiefer ich finde es eigentlich ganz cool schöne erinnerung gucke ich mir gerne an und irgendwann kommen hoffentlich auch wieder neue medaillen mit dazu ja jetzt geht es aber erst mal raus in die natur nach dem intro da seid ihr ja wieder schön ihr seid mit dabei hier im wald cool ja heute mache ich meinen 35 kilometer long run der liegt wie immer meistens auf dem sonntag kommt einfach mit das bedeutet also 35 kilometer langsamer dauerlauf grundlagen aus dauer 1 training meiner meinung nach die die elementarste einheit im marathon trainingsplan dazu sei noch gesagt heute ist schon der tag 89 von meiner strik ja seit dem ersten januar laufe ich wirklich jeden tag und irgendwie ist es ganz normal in den alltag mit eingeflossen das gehört eben einfach mit dazu hat was die uhr zeigt zehn kilometer an es fühlt sich alles so richtig gut an einwandfrei läuft wie von alleine puls von 70 prozent ja da könnte ich fast noch ein bisschen höher gehen bei einer 6er pace alles top einwandfrei und während ich die nächsten zehn kilometer laufen wollte ich euch mal was zeigen ich wurde immer wieder gefragt wie ich denn die nacht zeitraffer von den sternen mache und da gibt es heute mal einen kleinen einblick hinter die kulissen schaut mal ja ihr lieben ich nutze heute mal die gunst der stunde und mache mal einen ganz verrückten zeitraffer ja es wird jetzt dunkel also ich will eigentlich mal ein bisschen gucken ob hier die milchstraße heute hier lang zieht oder eben nur die sterne die ansicht habe ich schon ganz oft gemacht aber noch nie so lange wie ich es heute vor habe das war nämlich immer begrenzt durch meine akkulaufzeit da ging das höchstens zwei bis zweieinhalb stunden heute versuche ich mal das ganze netz anschluss ja als kamera habe ich immer noch meine alte canon die 5d mark 2 mit einem iris 15 millimeter objektiv da drauf blende 24 ganz weit auf dass man noch das letzte licht der nacht einfangen kann ja und die alte kamera die hat ja noch keinen zeitsteuerer dran und da habe ich hier den hier den externen der soll das dann die ganze nacht übernehmen dass die alle 30 sekunden auch für 30 sekunden belichtet so lange muss man belichten dass man auch noch was von den sternen sieht ja ich bin gespannt ob sie morgen noch dasteht ob sie nass wird die nacht oder irgendwas passiert oder ob es klappt es ist ganz zeitig am morgen ich bin hier an der kamera und die ist komischerweise aus das dürfte eigentlich nicht der fall sein was ist denn da los es gab leider ein problem mit der stromversorgung so dass die kamera nur vier stunden durchgehalten hat ja das habe ich aber schon gelöst das problem also bald geht es noch mal länger trotzdem vier stunden ist ja schon mal ein guter wir schalten aus dem zeitrafferstudio zurück raus auf die piste hier hat sich mittlerweile einiges geändert zum beispiel das wetter ich habe jetzt auf einmal leichten nieselregen vorhin kam ein richtiger regenschauer der wollte mich ärgern hatte aber kein erfolg damit ich bin weiter voll motiviert denn der kilometerstand hat sich auch geändert ich habe 21 kilometer weg quasi ein halbmarathon geschafft und langsam ist ein ende in sicht fühlt sich gut an mein puls der schwenkt so schwankt so zwischen 68 und 78 prozent vom maximal puls ja das liegt daran dass die strecke nicht gerade flach ist hier geht es immer mal berg hoch und wieder bergrunter und ihr merkt ja wie ich gerade schnaufe wenn ich nebenbei rede geht der puls sowieso in die höhe das ist ja ganz normal ja zum thema puls kam mir letztens mal so eine kleine diskussion auf mit meinem freund renne grüß dich ja da ist der ganz andere meinung der sagt man sollte gar nicht nach puls trainieren sondern nur nach pace also nach geschwindigkeit die sache ist die er ist damit recht erfolgreich der ist wirklich ganz gut unterwegs hat top zeiten ja ich bin echt daran interessiert mal mit ihm darüber zu diskutieren am liebsten würde ich euch auch daran teilhaben lassen also wenn ich ihn mal wieder treffen darf und die zeiten wieder besser sind da kommt vielleicht mal ein video zu dem thema raus ja eine so eine flasche habe ich jetzt alle ich hatte am anfang wieder vergessen zu trinken das geht mir immer so und nach 20 kilometern kriege ich echt durst ja und der nieselregen hört auch nicht auf aber es ist nicht mehr so weit nach nunmehr 30 kilometern sind meine beine immer noch im automatikmodus die rennen wie von alleine aber ich verspüre gerade einen mordshunger und da fällt mir doch was ein ich habe mir doch vor einiger zeit mal so ein hanfriegel gekauft nein nicht in holland sondern im kaufland ja den werde ich mir jetzt schmecken lassen und dann ganz gechillt die letzten fünf kilometer die letzte halbe stunde bis nach hause traben hier ist noch mal meine zusammenfassung von heute meine gute alte polar m 400 uhr die stopkleider nicht wenn ich stehen bleibe also war es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller die ganzen pausen vom film usw müsste man noch abziehen aber es ging heute sowieso nicht ums tempo das war ja langsamer dauerlauf das war mein langer lauf heute ja die meiner meinung nach wichtigste grundlage im marathon training ich hatte dazu schon mal ein video gemacht das zeige ich euch mal hier unten wenn ihr wollt könnt ihr euch das mal angucken der lange lauf ja schön dass ihr mit dabei wart bei meiner runde heute war echt toll ich freue mich danke und wenn ihr es noch nicht gemacht habt dann lasst mir ein abo da und wir sehen uns dann nächste woche macht's gut